Herzlich Willkommen zu der Games-Vorschau des Monats Oktober von EndbossTV. Wir wollen euch jetzt jeden Monat immer so ein bisschen zeigen, auf welche Titel ihr euch freuen könnt oder eben auf welche Titel auch nicht und was eben alles so auf den Markt geworfen wird. Dieses Mal sind wir leider eine knappe Woche zu spät dran. Wir versuchen euch demnächst natürlich immer vor dem jeweiligen Monat die Vorschau zu präsentieren, aber das hat dieses Mal leider nicht geklappt. Trotzdem gibt es so viele interessante Titel im Oktober und auch einige die eben noch kommen werden, dass wir euch diese Vorschau eben nicht vorenthalten wollten. Viel Spaß damit, falls es euch gefällt, dann natürlich gerne einen Daumen nach oben und auch bitte in die Kommentare schreiben, was euch gefällt und was nicht, da wird wir es in Zukunft noch verbessern können. Also viel Spaß mit dem Video. Also viel Spaß mit dem Video. In Aragami schlüpft ihr in die Haut eines untoten Assassinen. Aragami ist ein waschechter Schleich-Action-Titel, bei dem ihr wirklich den größten Teil schleichen müsst und die Gegner von oben oder von hinten umbringen müsst. Es wird also nicht wild um sich geballert oder geschnetzelt. Zu eurer Hilfe habt ihr übernatürliche Fähigkeiten, die sich vor allem die Dunkelheit zu eigen macht, sowie etwa von Schatten zu Schatten zu teleportieren oder sogar einen Schattendrachen zu beschwören. In dem feudalen Japan inspirierten Fantasy-Szenario gilt es die Festungsstadt Kyoruo samt ihrer schwer bewachten Zitadelle zu infiltrieren, um ein gefangenen gehaltenes Mädchen zu retten. Aragami kommt am 4. Oktober 2016 für PS4 und PC in den Handel. Entwickler dieses hübschen kleinen Titels ist Lionswork und der Publisher Head-Up Games. Auch ein neuer Warhammer-Teil darf im Oktober nicht fehlen. Und zwar kein geringerer als der komplizierte Name Warhammer The End Times Wormantide. Es geht hierbei um ein Koop-Action-Spiel aus der Ego-Perspektive mit der Warhammer-Lizenz des Tabletop-Herstellers Games Workshop. In Warhammer The End Times Wormantide stehen euch insgesamt 5 Heldenklassen zur Verfügung mit individuellen Fähigkeiten und Waffen. Ihr kämpft dabei gemeinsam gegen Horden von Skarven, eine blutrünstige Mischung aus Ratte und Mensch, bekannt aus dem End Times Setting von Warhammer. Dabei habt ihr nicht nur Nahe, sondern auch Friernkampfwaffen wie zum Beispiel Breitschwerter, Dolche, Bögen oder sogar Gewehre und natürlich auch Magie. Um Zauber einzusetzen, müsst ihr allerdings Lebensenergie bezahlen. Um einen gewissen Wiederspielwert zu schaffen, werden die Gegner immer völlig zufällig in die Levels platziert. Der Entwickler dieses Spiels ist Fatshark und es kommt ebenfalls am 4. Oktober 2016 auf den Markt für PS4, Xbox One und PC. Beim Hack'n'Slay-Platformer Slain Back From Hell löst ihr Rätsel, müsst zahlreiche versteckte Fallen überwinden und euch durch Horden von Monsters schlagen, bevor ihr auf der Turmspitze gegen insgesamt 7 Endgegner antreten würdet. Dabei steuert ihr den Protagonisten Bathurin durch eine verfluchte Gothic-Fantasy-Welt im Pixel-Look. Der Entwickler dieses schönen kleinen Spiels ist Wolf Brew Games und der Publisher Dicoretty Distribution. Das Ganze erscheint am 5. Oktober und zwar für Xbox One, Playstation 4, Playstation Vita, Wii U und PC. Nach über 6 Jahren ist es endlich soweit. Wir können endlich einen neuen Mafia-Teil spielen. Und zwar Mafia 3. Mafia 3 ist ein Open-World-Action-Spiel im Stil von GTA vom 2K-Entwicklerstudio Hangar 13. Wir durften ja bereits auf der Gamescom einige neue Szenen zu Mafia 3 sehen. Und eines ist schon klar, es wird ein wirklich super klasse Action-Titel. Ob jedoch die alteingesessenen Mafia-Fans hier zufriedengestellt werden, ist noch fraglich. Denn es hat schon einiges von dieser 20er Jahre Mafia-Atmosphäre eingebüßt. Auf der anderen Seite muss man sagen, haben sie sich hier wirklich etwas getraut. Schon irgendwie ein neues Setting und natürlich ein sehr, sehr anderer, neuer Protagonist. Wir befinden uns hier im Jahre 1968. Es geht also immer noch um das Thema Schwarze und Weiße. Die Rassentrennung findet immer noch statt. Umso interessanter, dass ihr einen Schwarzen spielt, nämlich Lincoln Clay. Dieser junge Mann ist in einem weißen Haus groß geworden und sucht schon sein Leben lang seine Familie. Als Heranwachsender schloss er sich einer Gang an, dann einer Kirschengemeinde und schließlich der Armee. Also eine wirklich interessante Lebensgeschichte. Er zog in den Vietnamkrieg, kehrte zurück und fand endlich die Familie, die er immer gesucht hatte. Wo fand er die? Natürlich bei der afroamerikanischen Mafia von New Orleans, deren Pate für ihn zum Ersatzvater avanciert. Und ein Mit-Mafiosi wird eine Art Bruder für ihn. Wichtig wird im Kampf vor allen Dingen das ausgeklügelte Deckungssystem sein, was euch unterschiedliche Möglichkeiten bietet, die verschiedenen Aufträge abzuschließen. Entweder komplett schleichend oder eben mit der Hautrauftaktik. Eines wird schon nach wenigen Minuten klar. Mafia 3 ist sehr, sehr brutal und das dient aber absolut der Atmosphäre und der Zeit, in der der Titel spielt. Mafia 3 erscheint am 7. Oktober 2016 vom Entwickler Hangar 13 und dem Publisher Take-Two Interactive für Xbox One, Playstation 4 und PC. Mafia 4 erscheint am 8. Oktober 2016 vom Entwickler Hangar 13 und dem Publisher Auch die Motorradfreaks unter euch bekommen im Oktober etwas geboten und zwar mit dem zweiten Teil von Ride. Hier könnt ihr euch eines von über 170 lizenzierten Modellen bekannter Hersteller aussuchen. Hinzu kommen hunderte Teile und Lackierungen, mit denen sich die Maschinen noch dühnen und anpassen lassen. Dazu bekommt ihr auch die unterschiedlichsten Landschaften geboten auf insgesamt 30 Strecken. Es gibt zwölf verschiedene Spielmodi für Online- und Offline-Partien. Ride 2 wurde entwickelt von Milestone Studios und der Publisher ist auch Milestone. Der Release ist der 7. Oktober 2016 für PS4, Xbox One und PC. Wir bleiben bei Rennspielen, erhöhen aber von 2 auf 4 Räder und zwar im sechsten Teil von VRC. Eine Rallye-Simulation zur 2016er Saison der FIA World Rally Championship. VRC 6 hat natürlich die offiziellen Lizenzen für alle 14 Runden, viele VRC-Fahrerstars sowie eine Auswahl an VRC-2-Teams und Teilnehmer der Junior-Kategorie. Entwickler ist Kyloton Entertainment und hat bekannt gegeben, dass vor allem sehr, sehr viel Feedback aus der Community des Vorgängers VRC 5 in das Spiel eingeflossen ist, was vor allem den Realismus zugutekommen soll. Das Spiel sei insgesamt fordernder, soll jedoch auch mit Grafischen und Soundtechniken Verbesserungen überzeugen. Der Publisher ist Big Ben Interactive und das Ganze kommt am 7. Oktober 2016 für Xbox One, PlayStation 4 und PC auf den Markt. Auch zu Dragon Quest Builders hatten wir einen Termin auf der Gamescom. In unserer Playlist zur Gamescom 2016 findet ihr dazu das Interview mit den Entwicklern. Dragon Quest Builders erinnert sehr an Minecraft. Allerdings haben die Entwickler klargemacht, ja, es hat dieses Vorbild absolut und die Vergleiche machen ihnen auch nichts aus, aber es hat trotzdem absolut den Dragon Quest Flair und spielt sich teilweise doch sehr, sehr anders, trotz des ähnlichen Looks. Natürlich habt ihr hier aber eine große, große Vielfalt verschiedener Assets und könnt eure Welt frei bebauen. Das ist eben wie bei Minecraft. Jedoch ist hier die Story typischerweise für Dragon Quest sehr wichtig. Das Spiel setzt nach dem Ende des originalen Dragon Quest ein, das zwei unterschiedliche Ausgänge haben konnte. Dabei schlug der böse Drachenlord dem Helden vor, einen Kampf zu vermeiden und sich die Herrschaft über das Königreich Alefgard einfach zu teilen. Dragon Quest Builders geht davon aus, dass dieses Angebot des Bösewichts angenommen wurde. Denn der Vorschlag entpuppt sich als Falle. Der Drachenlord legt Alefgard in Schutt und Asche und eliminiert kurzerhand den Helden. Und, surprise, surprise, ihr seid natürlich ein neuer Held, der kurze Zeit später erscheint, um das Land wieder aufzubauen. Dabei könnt ihr wählen, ob ihr entweder männlich oder weiblich sein wollt. Entwickler und Publisher ist gleichermaßen Square Enix und Dragon Quest Builders könnt ihr ab dem 11. Oktober 2016 für Playstation 4 und die Playstation Vita spielen. Auch auf ein neues Gears of War haben die Xbox-Fans lange gewartet und die Zeichen stehen rosig, denn die ersten Wertungen sind ziemlich gut. Der Entdeckungsshooter von The Coalition, dem Entwicklerstudio, das auch schon die Gears of War Ultimate Edition umgesetzt hat, erscheint am 11. Oktober 2016. Die Story in dem bekannten Science-Fiction-Szenario der Serie dreht sich diesmal um gleich zwei Protagonisten. In der Kampagne spielt ihr zum einen einen Mann, J.D. Phoenix, Sohn des großen Kriegshelden Marcus Phoenix, den ihr aus den alten Teilen kennt, und zum anderen eben noch eine Frau und die nennt sich Kate. Somit kann die Kampagne auch im Koop-Modus bestritten werden, was vielen sehr, sehr gut gefallen wird. Als Gegner hält eine neue Rasse von zweibeinigen Biestern her, die auch gänzlich anders aussehen als die bisherigen Feinde der Locus oder Lambert. Natürlich unterstützt Gears of War 4 auch die Crossplay-Funktion zwischen Xbox One und Windows 10. Wie schon gesagt, ist der Entwickler The Coalition, der Publisher natürlich Microsoft Game Studios und erhältlich ist das Ganze für Xbox One und PC. Miss Croft, Miss Croft. Ein Jahr mussten die Playstation-Dünger warten, bis sie auch endlich Hand an die gute Lara in Rise of the Tomb Raider legen durften. Doch jetzt ist es soweit, am 11. Oktober veröffentlicht der Publisher Square Enix und der Entwickler Crystal Dynamics endlich das fantastische neue Abenteuer von Lara, auch für die PS4. Damit ist es jetzt insgesamt verfügbar für PS4, Xbox One, Xbox 360 und PC. Die Story schließt direkt an das 2013 veröffentlichte Tomb Raider-Reboot von Square Enix und Crystal Dynamics an und natürlich geht es auch hier wieder um das Erkunden der Gräber inklusive Rätsel plus natürlich die besonderen Action-Sequenzen und Quick-Time-Events. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich freue mich drauf. Und zu allem Überfluss kommt ja auch noch ein kleiner, aber feiner VR-Teil für alle Playstation-VR-Besitzer. Die können sich dann nämlich mal das Croft-Männer in der Ego-Perspektive ansehen und ja, durch die VR-Technik auch wirklich wunderbar umschauen. Darauf freue ich mich auch, wollten wir das nicht schon immer. Auch ein neues Skylanders darf in diesem Jahr nicht fehlen. Für alle Fans kommt Skylanders Imaginators. Auch im sechsten Teil der Reihe geht es natürlich wieder darum, eure Figuren auf dem Portal zu scannen, dass sie direkt im Spiel zum Leben erweckt werden. Neu dabei sind dieses Jahr die sogenannten Kreationskristalle, die es uns ermöglichen, den eigenen Charakter zusammenzustellen. Von Kopf über Körper bis hin zu kleinen Details wie Augen oder Stimme ist alles möglich. Jedoch nicht nur Kosmetisches kann man individualisieren, sondern auch die eigenen Attacken. Ob ihr also einen Nahkämpfer oder einen Zauberer haben wollt, bleibt ganz euch überlassen. Für Nachschub an physischen Figuren sorgen die Sensei, die ehemaligen Trainer der ersten Skylander. Die 20 neuen Charaktere sind zum Teil ehemalige Feinde der Skylander, die als Sensei die Chance bekommen, sich zu rehabilitieren. Deswegen sind 11 der Sensei bereits bekannte, jedoch neu aufgelegte Figuren. Der Rest ist komplett neu entworfen worden. Entwickler ist Toys for Bob und Publisher ist wie jedes Jahr Activision. Das Ganze kommt am 14. Oktober 2016 in den Handel für Wii U, Playstation 4, Playstation 3, Xbox One und Xbox 360. Nachdem beim letzten Battlefield Teil Battlefield Hardline Whiskable beteiligt war, ist nun wieder Digital Illusions, also Dice in den Ring gestiegen, um Battlefield 1 zu machen. Ein gänzlich anderes Battlefield, beziehungsweise ein gänzlich anderer Shooter als das, was man in letzter Zeit so bekommen hat, nämlich das typische Zukunftsszenario. Es geht in den ersten Weltkrieg. Die Multiplayer-Beta haben wir bereits ausführlich im Stream angespielt und haben aufgezeigt, dass vor allem die Grafik und das Gameplay atemberaubend ist. Es macht einfach wieder richtig Spaß. Am Balancing müssen die Jungs und Mädels von Dice noch etwas arbeiten, aber insgesamt ist es schon eine richtig, richtig hübsche Sache. Und gerade im Vergleich zu Call of Duty scheint hier dieses Jahr eindeutig Battlefield die Nase voranzuhaben. Auch zur Singleplayer-Kampagne hat man bereits einen neuen Trailer erleben dürfen und der sah auch wirklich erste Sahne aus. Besonders die Gesichtsanimationen stechen hervor. Wir hoffen einfach mal, dass dies ausnahmsweise mal eine wirklich spannende und kurzweilige Kampagne wird, wie man es eher von Call of Duty gewöhnt ist. Die Singleplayer-Erfahrung war bei Battlefield ja bisher eher mau. Gepublished wird das Ganze wieder von Electronic Arts und kommt jetzt am 21. Oktober endlich in den Handel. Und zwar natürlich für PS4, Xbox One und PC. Wie sieht's aus? Freut ihr euch? Wir freuen uns extrem. Es kann endlich wieder losgehen. Jährlich grüßt das Murmeltier. Auch in diesem Jahr kommt wieder ein neuer Landwirtschaftssimulator raus. Der Landwirtschaftssimulator 17 kommt wie jedes Jahr von Chine Software und dem Publisher Astragon. Auf den ersten Blick hat sich am Spielprinzip nicht viel bis eigentlich gar nichts geändert. Noch immer bewirtschaftet man Felder, baut die eigene Farm aus und spielt mit anderen online zusammen als Landwirt. Ein kleiner Unterschied, dieses Mal können wir auch eine weibliche Spielfigur steuern. Jedoch gibt es einen sehr großen Unterschied zu den letzten Titeln. Es werden nämlich zum ersten Mal Mods beim Landwirtschaftssimulator unterstützt. Und zwar nicht nur auf dem PC, sondern auch auf den Konsolen. Insgesamt bekommt ihr wieder 200 originalgetreue Fahrzeuge von 60 bekannten Marken. Das Ganze kommt am 25. Oktober für PS4, Xbox One und PC in den Handel. Wer sich bereits auf den Ubisoft-Titel Steep freut, der zum ersten Mal auf der E3 diesen Jahres angekündigt wurde, der kann sich vielleicht so lange mit Mark McMorris Infinite Air bei Laune halten. Mark McMorris Infinite Air ist ein Open-World-Snowboard-Spiel mit vielen lizenzierten Profisportlern. Allerdings wird hier der Fokus eher auf Realismus und ein authentisches Fahrgefühl gelegt. Auch das Erstellen und Austauschen eigener Kurse ist hier möglich. Wer also gern Snowboard fährt und wollte schon immer mal wieder ein neuartiges Spiel dazu erleben, der solle sich den Titel von den HP Studios und dem Publisher Maximus Games am 25. Oktober sichern. Das Ganze kommt für PS4, Xbox One und PC auf den Markt. Natürlich kommt auch dieses Jahr wieder ein neuer Just Dance Teil, nämlich Just Dance 2017 auf den Markt. Das ist natürlich das bekannte Tanzspiel von Ubisoft. Damit gibt es 40 neue Tracks von Stars und Gruppen wie Green, Justin Bieber oder Fifth Harmony. Neu ist auch der Spielmodus Just Dance Machine, bei dem die Spieler verschiedene Tänze wie Flamenco oder Ballett meistern müssen. Das Ganze wird wie immer entwickelt und gepublicht von Ubisoft und kommt am 27. Oktober für Xbox 360, Playstation 4, Playstation 3, Xbox One, Wii U, Wii und PC auf den Markt. Für alle Tänzer unter euch, viel Spaß damit! Für alle Handball-Fans unter euch, kommt dieses Jahr Handball 17 auf den Markt. Eine Sportsimulation von Echo Software, in der 82 lizenzierte Mannschaften aus deutschen, französischen und spanischen Ligen der Handball-Saison 2016 und 2017 zur Auswahl stehen. Der Titel konzentriert sich vor allem auf die authentische Wiedergabe von Handball-Matches, während neben den einzelnen Partien aber auch ein Karriere- sowie ein Saison-Modus absolviert werden kann. Natürlich gibt es auch die Möglichkeit für Multiplayer-Matches. Gepublished wird das Ganze von Big Bang Interactive, kommt am 28. Oktober für PS4, Playstation 3, Xbox One und PC auf den Markt. Am 28. Oktober, kurz vor Halloween, ist es endlich soweit. Die von mir begehrteste Remastered Edition kommt endlich auf den Markt. Und zwar keine geringere als The Elder Scrolls V Skyrim, die Special Edition. Darüber gab es ja viel Diskussion in den vergangenen Wochen und Monaten. Da ja erst angekündigt wurde, dass es Mods geben wird, das wurde dann von Sony dementiert. Bethesda war daraufhin ziemlich angesäuert, hat das auch öffentlich klargemacht. Dann wiederum kam von Sony die Freigabe, okay, wir lassen doch Mods zu. Zumindest bestimmte, damit ist noch nicht jeder zufriedengestimmt. Aber hey, es kommt auf jeden Fall raus und es wird Mods geben. Es wird grafisch schön aussehen. Ich freue mich drauf. Also wenn ihr Bock drauf habt auf Skyrim von den Bethesda Game Studios, dann holt es euch am 28. Oktober entweder für PS4, Xbox One oder PC. Die Fortsetzung des Xbox One exklusiven Spiels Titanfall kommt jetzt auch für PS4 und PC. Titanfall 2, das Spiel von Respawn Entertainment, ist ein Shooter für Freunde von riesigen Mechs. Ihr steuert nämlich nicht nur euren Infanteristen, sondern könnt auch in riesige Mechs reinsteigen und dann geht die Party erst richtig los. Neben fetten Multiplayer-Schlachten soll es auch eine sehr, sehr spannende und kurzweilige Einzelspieler-Kampagne geben. Ein bisschen verwundert waren viele, dass dieses Spiel relativ zeitgleich mit Battlefield 1 rauskommt, nämlich vom gleichen Publisher von Electronic Arts, weil sich diese Spiele ja doch irgendwie Konkurrenz machen werden. Hoffen wir mal, dass Titanfall 2 im Oktober jetzt nicht etwas untergeht gegen den großen Bruder Battlefield, denn alles, was man bisher gesehen hat, war doch recht ordentlich. Der Multiplayer-Modus wartet mit sechs neuen Titan-Klassen auf, die auf den drei Titan-Versionen des Vorgängers basieren, jeder mit eigenen Fähigkeiten, Stärken und Schwächen. Auch das Gameplay der Piloten wurde erweitert, so gibt es mehr Anpassungsoptionen und Gadgets sowie ein tieferes Fortschrittssystem als im ersten Teil. Zu den neuen Ausrüstungsoptionen zählen zum Beispiel eine Gravitationsgranate, die feindliche Piloten festhält oder Nahkampfbewaffnung für Titans wie Schwerter. Wie schon gesagt, kommt das Ganze von dem Entwickler Respawn Entertainment und Electronic Arts am 28. Oktober raus, dieses Mal auch für PS4 und natürlich wieder für Xbox One und PC. Auch zu unserem nächsten Titel World of Final Fantasy hatten wir ein Gespräch mit den Entwicklern auf der Gamescom. Auch dieses findet ihr unter unserer Playlist zu Gamescom 2016. Alle Final Fantasy Fans werden schon auf den Titel geblickt haben. Manche freuen sich sehr drauf, manche sagen, für mich ist es kein richtiger Final Fantasy Teil. Bei World of Final Fantasy geht es ja um ein Meshup, bei dem alle möglichen Helden und auch Kreaturen der vergangenen Final Fantasies auftauchen. Die Kerngeschichte jedoch handelt von Geschwistern, die in das Final Fantasy Universum geworfen werden. Der ganze Stil des Spiels ist absichtlich niedlich gehalten und einige Charaktere werden im sogenannten Chibi-Design dargestellt. Das ist doch etwas verwunderlich, beziehungsweise anders wie in den Vorgängern von Final Fantasy. Ob das Spiel einen typischen Final Fantasy-Fan begeistern kann, ist noch fraglich. Jedoch scheint es mit ordentlich Content zu kommen. Viele, viele Stunden Singleplayer-Kampagne und natürlich, wie für Final Fantasy üblich, auch wieder ganz, ganz viel, was man darüber hinaus machen kann. Falls ihr Bock habt auf World of Final Fantasy, es kommt natürlich wieder von Square Enix und zwar am 28. Oktober für PlayStation 4 und PlayStation Vita. Wir schließen unsere Games-Vorschau zum Oktober mit einem richtigen Halloween-Titel, nämlich Freitag der 13. Wann genau das Spiel rauskommt, ist immer noch nicht klar. Die meisten gehen allerdings von Ende Oktober, passend eben zu Halloween aus. Vielleicht werden wir hier aber auch nochmal eine Verschiebung erleben, was natürlich bei diesem Titel traurig wäre, weil er halt einfach passen würde zu Halloween. An der Entwicklung war unter anderem auch Sean S. Cunningham, der Schöpfer des Originalfilms aus dem Jahre 1980, beteiligt. Freitag der 13. ist ein asymmetrischer Multiplayer-Titel, bei dem Spieler in die Rolle des Serienkillers Jason sowie seinen potenziellen Opfern schlüpfen. Finanziert wurde das Ganze über eine Kickstarter-Kampagne und es sieht schon sehr nach einem Dead by Daylight-Klon aus, obwohl Freitag der 13. ja eine sehr, sehr bekannte Marke ist. Trotzdem ist Dead by Daylight so in die Höhe geschossen in den letzten Monaten, dass sich Freitag der 13. damit messen werden muss. Wir sind gespannt, ob es dann doch noch diesen Monat rauskommt und ob es besser wird als Dead by Daylight oder eher nicht. Das Ganze wurde entwickelt von Gun Media und dem Publisher Elphonic. Es kommt natürlich für die gängigen Plattformen Xbox One, Playstation 4 und PC auf den Markt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017